hallo meine freunde und herzlich willkommen was geht ab bei euch ich freue mich dass ihr am start seid und ja tatsächlich ich lebe auch noch für alle die es nicht mitbekommen von euch wahrscheinlich die meisten gehe ich einfach mal von aus weil ich jetzt nicht großartig irgendwo hingeschrieben habe ja ich habe am samstag gestreamt da war mein pc schon irgendwann hat er gesagt nö tobi ich habe jetzt überhaupt keinen bock mehr dann ist internet weggegangen und dann ist meine software bzw mein prinzip system abgestürzt ja dann war over rip dann habe ich mir so gedacht ja kann man vielleicht noch retten habe ein bisschen gefummelt ja ich habe tatsächlich mit meinem pc gefummelt und dann am sonntag gedacht ja ein bisschen hast du hier gefummelt bisschen da vielleicht läuft jetzt wieder hab dann wieder gestreamt mit der ansage hey wir streamen bis vorbei ist und relativ fix war es dann noch vorbei nach ein zwei stunden ich glaube einer sogar wenn wir ganz ehrlich sind und dann war komplett over ja dann ging es auch nicht mehr mit hochfahren dann war einfach sobald hochgefahren hast war hier hey tobi ich bin kaputt und dann war das heißt ja mein betriebssystem war tot ich muss das ganze irgendwie noch fixen neu aufsetzen und ich habe mich die letzten zwei tage erst mal muss ich das natürlich auch alles irgendwie rausfinden die letzten zwei tage damit beschäftigt ja ich bin ja auch kein computer profi deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert vielleicht ja hab dann wieder alles nur aufgesetzt photoshop drauf und obs und das alles das heißt es kann sein dass meine stimme zu laut ist zu leise ist das bild zu grün zu bohren zu wackelig zu gelb zu violett ultraviolett oder was auch immer wenn euch irgendwas stört dann sagt dass sie käme zu groß bin ich zu fett geworden oder was weiß ich sagt es einfach na ja das heißt ich habe jetzt auch wieder richtig lange kein lol gespielt bin also ein richtiger noob ja aber deswegen werde ich euch heute erst mal mit einem pb video vertrösten ja das ist ja da kann doch nicht so viel bei schief gehen denke ich mal und es gibt ja auch immer schöne neueränderungen wie zum beispiel diesen cocky skin wir wollen sich alle skins angucken ja der eine andere hat sich ja letzt mal beschwert aber ganz ehrlich würde ich einfach über diesen skin drüber rollen also der cocky skin ist halt wirklich cool ne vor allem ist das natürlich auch so ein richtig guter skin für frauen no hate oder irgendwie sowas aber der ist schon ziemlich ziemlich cool hier liegen sogar hundeknochen ich hätte mir nur gewünscht dass der hund tatsächlich läuft klar erst ein flugzeug und so aber ich hätte es richtig geil gefunden und hier sind die knochen einfach drunter sieht richtig komisch aus wenn er laufen würde das wäre richtig geil laufen mit flügel richtig geil aber ist leider nicht so ja dann gibt es noch natürlich den prestig skin hier könnt ihr natürlich gerne mal eure meinung droppen denn ich bin der meinung ja so zum einen macht natürlich right mit dem prestig skins geld was okay ist weil ja jetzt gibt es einige jahre die machen nur geld und dies und das wir spielen ein spiel wo wir schon richtig milliarden von stunden rein investiert haben und ich finde das ist auch okay naja das ist ja nichts irgendwie pay to win mäßiges das right daran geld verdient und dass die ihr geld verdienen wollen aber prestig skins ja so es kommt mir vor wie spam irgendwie so ein bisschen ja genauso wie blood moon ich habe blood moon skins geliebt mittlerweile gibt es zwölf millionen davon und der hype ist so ein bisschen weg und das gilt vielleicht auch bei prestig skins wenn jeder so ein ding hat dann ist ja irgendwie nicht mehr prestig oder naja da gibt es noch mehr uhrig ja uhrig in katzenform und renge aber wie gesagt das lassen wir wobei die komas sehen halt teilweise echt cool aus ich bin ja sowieso koma lover ich habe übrigens auch zehn anivia dings ganz sie muss ich mal gucken wie ich die weg gebe ja dann hat noch kales ein bisschen hier so ein bisschen und dann kommen wir zu den changes meine freunde zunächst fangen wir an mit caitlin caitlin wird auf jeden fall ein bisschen gebufft das heißt ihr ultimate macht mehr schaden 50 damage auf der ersten stufe ist ganz cool 50 damage auf der letzten stufe ist immer noch cool nicht mehr ganz so cool weil 50 damage im early game natürlich deutlich mehr ist caitlin ist gerade nicht so unglaublich stark wobei die krit änderungen ihr auf jeden fall geholfen haben und mir fällt gerade noch eine entschuldigung ein dafür dass ich jetzt die ganze zeit nicht am start war ich habe ein feuer zeug was feuer durch blitze macht ja man hört es vielleicht vielleicht aber auch nicht ja ok weiter geht's dann sind wir bei es real angekommen hier ist man gerade am rumprobieren das heißt es gibt viele versionen es gibt die versionen dass man sagt hey wir nehmen von es will sein komplette ap ratio von der q runter ja das heißt es wird komplett entfernt und dafür aber auf die w draufgepackt das heißt die w macht nur noch 50 prozent der menschen türmen ja ist nicht so geil macht dafür jetzt aber naja im early game nur immer noch 70 prozent aber im late game 130 prozent apis gang das heißt die q hat ein scaling von 30 prozent und das wird auf die w gepackt und sogar noch zehn prozent drauf ist im prinzip nicht ganz verkehrt muss man sagen aber das problem hierbei ist einfach dass die q und cooldown von naja du fünf sekunden hat der reduziert sich noch auf zwei sekunden also und den kannst du ja auch reduzieren wenn du die q triffst und dadurch muss man natürlich sagen kann man die q viel viel öfter schießen und dadurch geht richtig richtig viel ap ratio scaling verloren ich finde zwar die idee cool mit der w dass alles darauf fokussiert wird ich denke mal dass diese änderung vor allem daher kommen denn hier die two shot barrage wird auch noch mal reduziert eine sogar ziemlich hart um 100 damage wird sie reduziert auf jeder stufe ich denke es kommt so ein bisschen daher dass viele es gerade auch auf ap bauen das stört natürlich den ad es wir und den ap es wird zugleich hier also die bauen so diesen hybrid weg erst ad und später noch gun blade und diesen tränenstab und so geschichten und dadurch macht das natürlich alles hier sehr sehr viel schaden mit dem ap der mensch aber ja ich meine die es wird ist sowieso ein bisschen schwierig sie wurde ja mal hier und da wieder ein bisschen gebufft aber der mit runter zu nehmen naja gerade wavegier ist immer ein schwieriges ding damit naja dann kommen wir die tmo endung die sind nach wie vor immer noch pb wird immer noch richtig richtig viel rumprobiert da ist man sich noch nicht sicher finde ich aber gut dass es so lange auf dem pb ist so lange bis man sich wirklich sicher ist ja hey das ist genau das was wir wollen bei ugot könnte man schon fast von rework sprechen tatsächlich muss das mal ein bisschen hier so machen denn bei ihm wird zunächst erstmal das mana erhöht das ist cool und es fängt jetzt bei seiner passive an echoing flames hier macht das nämlich seine passive ist ja dass er quasi mit seinen beinen mit der shotgun die ganze zeit um sich ballern kann und das macht jetzt nicht mehr reduzierten schaden auf ziele die er mehrmals trifft ja sonst war es so ziele die du innerhalb von fünf sekunden trifft machst du halt wenn das selbe ziel triffst weniger schaden das ist nicht mehr das heißt man jetzt deutlich mehr schaden durch der passive deutlich mehr schaden aber bei der w geht es weiter das schild wird komplett entfernt die änderungen sind wirklich crazy jetzt schild wird entfernt die kosten gehen auf null runter später hätte ich erst mal gesagt ja ist jetzt nicht so wichtig klar im early game hilft das schon das ist nett aber später aber man magst es ja auch als erstes durch und jetzt achtung der cooldown geht von 17 und 9 auf 12 und 0 0 sekunden das heißt ihr könnt im late game 24 7 mit der aktivierten b rumlaufen und auch der on it damage reduction lauert das heißt ihr macht mehr schaden ja die reduzierung ist nicht mehr bei 66 prozent sondern bei 50 prozent ihr macht also mehr der mensch mit dem on it jetzt muss natürlich überlegen okay hey na was bringt uns was wenn wir diesen spell permanent permanent anhaben können wir haben nämlich kein schild mehr wir werden langsamer und 125 prozent na gut wir sind 40 prozent slow resistant und wir können über minions laufen und so ein zeugs und wir machen natürlich die ganze zeit diesen damage hier wo wir drauf böllern und on it damage auf den gegner bringen das heißt wir haben natürlich mehr schaden muss man mal sehen wie das ganze wird könnte tatsächlich interessant werden Vor allem wenn man natürlich berücksichtigt das schild ist nämlich jetzt in der e naja das heißt der schild war vorher bis 150 jetzt ist er bei 140 das heißt ist ein bisschen schwächer und hat mit 15 prozent ich glaube max life war es gescaled und jetzt gilt er mit 200 prozent bonus hatte ja bonus hat er ganz ganz wichtig und das gleiche auch bei seinem normalen der mensch der skaliert jetzt nicht mehr mit 50 prozent total 80 sondern 100 prozent bonus hatte das heißt man will uhrgott definitiv in eine ad variante bringen beziehungsweise so dass er gezwungen ist mehr ad zu bauen macht vielleicht auch sinn wenn man jetzt permanent mit dem geballer ding hier rumböllern kann da machst du natürlich viel viel mehr damage aber du bist nicht mehr dieser unsterbliche tank der die ganze zeit darum läuft und trotzdem milliarden damage macht sondern du bist wahrscheinlich eine art tank der super viel gigantischen schaden macht aber auch sehr sehr schnell zerbröseln könnte potenziell finde ich die grobe idee erstmal nicht schlecht muss ich sagen dann haben wir noch seine ultimate die cars range auf 2500 erhoben finde ich eigentlich ziemlich cool muss ich sagen gefällt mir für dich nicht schlecht und auch der schaden wird hier ebenfalls wie bei den anderen sachen erstmal erhöht ja deutlich erhöht muss sagen von 50 auf 125 aber mit bonus ad total ad ist immer geiler das ist nämlich du brauchst keine ad bauen und du skalierst trotzdem mit deinem ad wert bei bonus ad ist halt der gleiche wert meistens so wie man es hier oben sehen kann dass der bonus ad wird höher ist als der total ad wird ja hier haben wir 50 prozent dafür 100 prozent hier bleibt beides gleich das heißt ja der damage wird ziemlich krass angehoben aber dafür halt das scaling relativ im keller muss man sagen ist nicht so geil dann sind wir bei xaya angekommen xaya bekommt mehr attack speed auf ihrer w das ist natürlich vor allem gerade auch im early game ganz cool denn er bekommt schon 10 prozent im early game man spielt das ja wenn du mit rakan zusammen spielst und der irgendwann mal wieder richtig gut sein sollte mit level 1 cw und dann böllert das schon und im late game 80 prozent ist auch schon richtig richtig geil ja dann haben wir die berserker gloves oder brawlers gloves die können jetzt gesteckt werden ohne dass es unique ist wüsste jetzt nicht warum man das machen sollte falls euch was einfällt warum man das decken sollte keine ahnung ich glaube nicht dass es einen grund gibt und dann sind wir beim ghost poro beim ausbüro wird gerade auch mehrfach rumexperimentiert denn ich werde euch gleich noch verschiedene andere versionen präsentieren und zwar ist es nämlich so hier wird gesagt der ghost poro den kannst du nicht mehr platzieren sondern er platziert sich automatisch wenn du ein wort stellst und dieses ausläuft das wort läuft auf aus dann steht dann ghost poro und dann bekommst du 5 bis 20 adaptive force wenn das im enemy territory ist probleme die ich hieran sehe ist ja der ghost poro die frage ist könnte man dann mehrere ghost poros haben oder nur einen das heißt wenn ich drei wards in den gegnerischen jungle stelle habe ich dann auch drei ghost poros oder zählt das immer nur für das letzte wort was ausläuft weil das wäre ziemlich scheiße wenn ich nämlich ein wort bei mir irgendwo in den jungle stelle und das ausläuft dann kriege ich ja keine ad durch den ghost poro und man kann es halt nicht so ja also ich finde die version nicht sogar aber es geht weiter meine freunde und zwar gibt es nämlich weitere änderungen ja hier haben bestimmt schon einige sagt hier tubi die änderung wurde schon entfernt ja die erste änderungen wurden wieder zurückgenommen das heißt aber nicht dass es nicht trotzdem passieren kann deswegen habe ich extra mal vorgelesen äh denn man experimentiert ja immer sehr viel dafür ist der pbe ja da und es kann tatsächlich sein dass diese änderungen wieder kommen werden aber grundsätzlich erstmal vom tisch dann haben wir nah nah kriegt einen inszenen buff also absolut inszenen und ich kann euch jetzt schon mal ich schwöre ich schwöre junge alter an dieser stelle das wird irgendwann wieder genervt werden der cooldown ist von 15 bis 7 auf immer 7 reduziert worden das ist ziemlich ziemlich krass muss man definitiv sagen ähm also ich meine der spell ist halt nur in mega nahe form muss man tatsächlich sagen weil mini nahe form hast du halt nur diese passive quasi dass du die 3 stacks drauf machst aber 7 sekunden auf jedem rang finde ich schon ziemlich ziemlich stark ehrlich gesagt also ist jetzt nicht giga heftig wir wollen jetzt nicht übertreiben aber es ist schon nicht schlecht ich denke dadurch kriegst du zweimal den stun durch selbst schon mit level 6 und das ist definitiv nicht verkehrt Herr Karim wir kriegen bug fix dadurch macht er mehr damage 10 prozent pro q stack das heißt er kann ja glaube ich 3 stacks haben oder 2 na das wären so 20 10 20 30 damage irgendwie sowas prozent jace wird genervt verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht ja das heißt hp wird reduziert hp per level hp regeneration und auch hp regeneration per level super krasse stattenerfs muss man sagen stattenerfs ich finde jace nicht op auf der top lane hat er gerade ich glaube er hat nicht mal 50 prozent winrate ich weiß jetzt nicht ob er irgendwie im competitive broken ist oder so ob es damit was zu tun hat aber ich finde jace bei far nicht stark kail kail bin ich mir sehr unsicher ich muss sagen mit von kail habe ich noch nicht viel mitbekommen außer dass ich sie selber mal gespielt habe ich denke gerade bis level 11 ist der champion komplett müll ab da fängt es langsam an ich glaube ich habe eher negatives feedback von ihr bekommen als positives aber sie wird nämlich jetzt genervt wenn wir uns ihre winrate angucken sie hat auf der top lane gerade so 50 prozent so 50,25 was absolut balance ist in der mitte katastrophe jungle katastrophe und support auch katastrophe und jetzt muss man sich fragen ja 50 prozent ist das wirklich so stark dass man sie direkt schon wieder nerven muss hier kann man natürlich vielleicht argumentieren dass man sagt hey mhm sie ist gerade erst raus und die leute können jetzt schon sie auf 50 prozent winrate spielen das heißt sie wird zu stark werden naja was haben wir also ihr könnt mir ja auch gerne eure meinung findet ihr kail zu stark oder zu schwach droppt das bitte in den contenter was ist euer feeling von kail ich meine bevor ich kail spiele würde ich lieber kassadin spielen weil der hat wenigstens level 11 impact und ist mit level 16 mindestens genauso gut und viel viel mobiler ja ad wird reduziert attack speed wird reduziert und das weh gibt weniger muffin speed das ist schon das tut schon weh ist nicht immens heftig aber es tut weh leblanc ap ratio wird um 10 prozent reduziert 10 prozent punkte muss ich ganz wichtig immer sagen sonst weinen die leute gleich wieder hier ist ein feuerzeug was blitz elektro strom macht hier das klingt auf jeden fall auch erstmal gar nicht so krass ist aber doch ein bisschen krasser weil das ja für beide instanzen gilt das heißt es gilt für die erste und zweite sind also 20 prozent punkte tut weh morgana wird genervt das heißt weniger ap per level ne stopp weniger ap per 5 einfach nur und weniger ap scaling auf der w 2 prozent jetzt denkt man ja auch ja zwei prozent ist gar nicht so krass aber pro sekunde das ding tickt fünf sekunden das sind zehn prozent punkte damage weniger naja das tut auf jeden fall schon mal wieder weh und achtung das ganze geld ja noch mit missing health das heißt diese zehn prozent damage fehlen jetzt auf dem gegner naja die sind nicht da dadurch ist der gegner nicht ganz so lau und kriegt weniger damage durch den missing health damage das ist sehr schwer da irgendeine zahl jetzt zu nennen aber ich sag einfach mal uns fehlen dann vielleicht sogar insgesamt dann ja auch noch mal hier durch diesen 25 prozent damage also das tut also definitiv schon weh war aber klar dass sie gemacht wird weil sie war fein und hat auf einmal buffs bekommen klar ist dann der champ wieder zu stark naudelus naudelus kriegt auch ein ziemlich insane buff er kriegt erstmal deutlich mehr armor und man muss sagen dass er jetzt mit seiner passive das ist ja dann dass er auf den gegner drauf kloppt mit seinem hammer mit seinem anker und der gegner damage bekommt und gestand nicht gestand sondern immobilisiert ist das heißt er kann sich nicht bewegen das gerutet und der cooldown ist jetzt immer bei sechs das ist gerade für support naudelus ziemlich geil ist eigentlich für jeden aus das geil oder auch für jungle naudelus denn dadurch hat er noch mal extra ein bisschen mehr damage im jungle ist definitiv nicht verkehrt ist ein cooler buff rexai wird genervt das heißt ja sie war ja in der zeit auch sehr sehr stark oder ist durch die letzten buffs die bekommen hat sehr stark geworden das heißt ultimate weniger ad ratio das tut super krass weh und ein bisschen mehr cooldown im late game und mitgeben hält sich noch in grenzen tut aber weh stellen wird hingegen dafür gebufft das bedeutet er macht mehr on hit damage auch hier muss man natürlich davon ausgehen er macht drei auto text mit diesem on hit damage das heißt wir haben 10 damage mehr im early game sind es 15 der mensch mal 13 30 der mensch ist cool ist okay ist nice kann man machen ist ein buff sollte man einfach so annehmen weil es wird genutzt weniger hier ja wenn er wenig ap hat dann heilt er sich nur noch um 200 prozent statt 175 prozent ja ich ein über den hier beschweren sich ja alle leute und der ist zu krass vor allem wenn du gegen wenn du einfach gegen den nahkämpfer spielst ne als zeile oder wenn du nahkämpfer bis und gegen zeilen es ist so unfair irgendwie so der kriegt halt immer den hier durch und den vor allem wenn der fall ein bisschen länger geht das ist total dumm aber naja so ist das leben channel wird gewafft beziehungsweise geht change muss man sagen denn eigentlich ist es einfach nur ein buff naja kriegt mehr text biet im early game und im late game ist es gleich wie man steht da change gute frage na gut also mehr text biet so wird genervt hier muss ich sagen ich habe ja in letzter zeit wieder ein bisschen gespielt ich mag so ich hasse so wie kann man drehen wie man möchte cool und wird von 16 auf 20 erhöht und da muss ich sagen finde ich cool auch im late game zwei sekunden mehr denn 16 sekunden ist irgendwie gefühlt zu wenig ich als talon spieler habe übelste probleme gegen das sowie oder auch viele andere champions denke ich mal die gerade nahkämpfer das zeitfenster von 16 sekunden ist viel zu wenig um den trade zu suchen sie verfehlt ihre bubble und dann musst du deine spells vielleicht auch noch warten für fünf sechs sieben acht zehn sekunden und dann ist es schon wieder fast zu spät naja und das muss ja auch die wave muss stehen und du musst an den gegner rankommen zwei sekunden finde ich super gut das ist fair wenn die so ihre bubble verfehlt dann hast du ein gutes zeitfenster was zu machen flow wird außerdem auch reduziert das heißt im late game sind so noch 30 prozent ja wenn du einschläfst und dann sind wir auch bei den ruhen wir müssen gas geben viel zu lang schon wieder der bums hier mini materialisierer die stacks werden von sechs auf fünf reduziert wird aber gerade auch noch um probiert das heißt hier ja sehen wir na es wird von sechs auf drei reduziert sogar damage bonus dafür angehoben das heißt der effekt ist immer noch stark aber ihr habt noch drei charges ganz klar deswegen damit ihr einfach nicht die ganze zeit die kanonen weg macht eine kanone weg kanone weg kanone weg kanone sondern ihr könnt halt einmal nagelkämpfer einmal ferienkämpfer einmal kanone falls ihr das möchtet oder dreimal kanone aber dann war es hat auch ne außerdem wird das getauscht in der die positionierung ist jetzt mit den drei sachen in einer reihe dann ja aus boh hier noch mal eine andere änderung und zwar ist es so das ist no longer grand adaptive force wenn in enemy territory ich bin überlegen ich glaube ich hätte die andere änderung lieber als diese hier weil ich mag der mit wenn das hier entfernt wird nämlich glaube ich wieder das aber ja dann sind wir noch bei over here over here halt jetzt weniger statt 40 prozent im early game 20 prozent finde ich auf jeden fall cool ist auf einigen champions sehr sehr stark von sowas wie draven und damit sind wir durch ja ist leider ein bisschen länger geworden tut mir übelst leid gibt mir auf jeden fall feedback zu kale wie ihr so aktuell mit ihr umgeht und wie sie so läuft gibt mir auf jeden fall auch feedback wie das bild ist wie die stimme ist wie was weiß ich wie mein feuerzeug ist oder was auch immer das heißt ja haute rein auf wiedersehen und tschüss